Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Mail-Time hier bei Beautiful People. Ich habe Post bekommen, ganz genau ein Paket und wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, was ist da drin und vor allen Dingen, was mache ich damit oder wem gebe ich es vielleicht? Seid gespannt und seid mit dabei. Es wird ein Fest, ich verspreche es. Zurück an meinem Schreibtisch, ab direkt zum Paket. Schauen wir doch mal, was ist hier Feines drin? Ist nicht kaputt machen, ich will es nicht kaputt machen. Oha, oha, was, was denn das? Oha, das sieht ja noch original verpackt aus. Leute, 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 HDMI, HDMI, HDMI und nein, crazy, unbelievable, eine Stacia Premiere Edition original verpackt. Und wisst ihr was? Das Gute ist, das Ganze hat mir wirklich ein Community-Mitglied geschickt. Und das Schöne ist, ich werde dieses Ding nicht mal behalten, die Stacia Premiere Edition, sondern ihr bekommt die da draußen. Ein glücklicher oder eine glückliche von euch kann dieses Stacia Premiere Edition mit nach Hause nehmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, ich würde sie euch natürlich zuschicken. Das Gute ist, die Ganze ist gesponsert von einem hervorragenden Community-Mitglied, der aber anonym bleiben möchte. Ähm, möchte ich auch gar nicht weiter vertiefen, das ganze Thema. Wie bekommt ihr diese Stacia Premiere Edition? Wie ihr wisst, mache ich einmal im Monat einen Monatsrückblick live hier auf meinem Kanal und zur Feier des baldigen Releases von FIFA 23. Bietet sich das doch echt an, oder? Was sagt ihr? Also, wenn ihr Bock habt auf eine neue Stacia Premiere Edition und dann auch das Geld vielleicht noch habt für FIFA 23 oder irgendein anderes Spiel, mir völlig egal, dann macht mit bei meinem Monatsrückblick. Kommt rein in den Livestream, seid beim Gewinnspiel dabei. Wann findet der ganze Stadt? Am Sonntag, 25. September, ab 20.30 Uhr bin ich live zusammen mit euch. Wir gehen durch die News der letzten Wochen, das, was mir am besten gefallen hat. Wir reden über Spiele, Spiele, Spiele. Wir reden auch über Fußball. Ja, ich freue mich immer über Fußball. Und außerdem werden wir natürlich dieses Ding verlosen und am Ende noch gemeinsam was zocken. Multiplayer-Spiele. Und zwar schaut einfach mal unter die Videobeschreibung, da könnt ihr auswählen aus einer interaktiven Umfrage, welches Spiel wir spielen. Derzeit Breakfast ist mit dabei, Golf with your friends und das neueste You Suck at Parking ist auch mit dabei. Stimmt ab, eins der Spiele, welches am meisten Stimmen hat, werden wir gemeinsam spielen. Ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Also, wir sehen uns bis dahin bald Ahoi und Ciao. Zurück an meinem Schreibtisch und einmal Messer auf. Beautiful People, seine Produktion der Beautiful People Content Creation, produziert mit Liebe und Leidenschaft eigenen Equipment. Und hier an meinem Schreibtisch und einmal euch aus Dresdorf in die Welt. Musik von Deichkent und Geek Music. Das ist Quatsch mit dem Weg. Musik von Deichkent und Geek. 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 Vielen Dank.